Seit 25 Jahren steht Sachsen Fahnen für innovative Systemlösungen im Bereich der Großbildkommunikation und Verkaufsförderung. Unser Unternehmen verfügt mit 30.000 Quadratmeter Produktionsfläche über eine der weltweit größten und modernsten Druckereien für die Veredelung und Weiterverarbeitung von Textil, Metall, Kunststoff und Glas. Zur Produktpalette gehören neben Fahnen, Fahnenmasten und Bowflag auch Messesysteme, Zelte und Sonnenschirme sowie ein umfangreiches Produktsortiment im Bereich Wohnen und Lifestyle. Sachsen Fahnen bietet für jede Aufgabe die passende Lösung, ganz gleich ob Einzelstück oder Großauflage, Tischdekoration oder Fassadenverkleidung. Wir produzieren in bester Qualität, immer mit dem für den Kunden kostengünstigsten Druckverfahren. Im textilen Digitaldruck können jährlich mehr als drei Millionen Quadratmeter Stoff bedruckt werden. Für die Umsetzung vielfarbiger Motive und Farbverläufe, auch in kleinen Stückzahlen, ist dieses Verfahren bestens geeignet. Druckbreiten bis zu 350 Zentimeter und beliebige Längen sind realisierbar. Für großformatige PVC- oder Mesh-Werbeplanen stehen spezielle Drucker mit bis zu fünf Meter nahtloser Druckbreite zur Verfügung. Werbeschilder aus Hart- oder Weichschaum, Aluminiumverbund, Acrylglas oder Hohlkammerplatten werden im digitalen UV-Druck mit bis zu 350 Zentimeter Breite und 10 Zentimeter Stärke bedruckt. Bei grösseren Stückzahlen mit wenigen Farben ist der Siebdruck das kostengünstigere Druckverfahren. Jährlich können mehr als acht Millionen Quadratmeter Stoff bedruckt werden. Auf bis zu 75 Meter langen Druckmaschinen werden die Farben mit einem Rakel durch ein feinmaschiges Gewebe auf das Material übertragen. Für jede Farbe wird eine gesonderte Druckschablone benötigt. Maximale Formate von 220 mal 630 Zentimeter mit bis zu zwölf Druckschablonen sind realisierbar. Entsprechend unserer hohen Qualitätsstandards werden alle Erzeugnisse nach dem Druck fixiert, gewaschen, getrocknet und endausgerüstet. Das Ergebnis? Fahnen, Stoffbanner und Bowflag in brillantesten Farben und mit höchster Lichtechtheit, die sofort einsatzbereit sind. Zur Komplettierung der Druckteile stehen zum Beispiel Metallleisten, Klemmschienen und Alu-Kederprofile zur Verfügung. Im 6.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum mit 7.000 Palettenstellplätzen wird die weltweite Auslieferung der Aufträge koordiniert und gesteuert. Das sichert die schnelle Verfügbarkeit aller Systemkomponenten pünktlich, termingerecht und zuverlässig. Bei WISPRONET, dem Online-Shop von Sachsenfahnen, können Kunden rund um die Uhr mehr als 1.000 Erzeugnisse in einer millionenfachen Variantenvielfalt bestellen. Fast alle Produkte können in ganz individuellen Wunschgrössen gefertigt werden. Unsere Mitarbeiter stehen telefonisch, im Online-Chat oder für eine Kundenberatung vor Ort zur Verfügung. WISPRONET bietet die schnellsten Shop-Lieferzeiten in dieser Sortimentsvielfalt am Markt. Abhängig vom Produkt, dem gewählten Druckverfahren und der Stückzahl kann zwischen Standard-, Express- und Overnight-Lieferung gewählt werden. Heute bestellt und morgen schon einsatzbereit. Das ist für fast alle Produkte möglich. Im WISPRONET DESIGN können individuelle Motive schnell und ohne grafische Vorkenntnisse erstellt werden. Dazu stehen zahlreiche kostenfreie Gestaltungsvorlagen, Cliparts und Bilder bereit, die mit Fotos und Texten kombiniert werden können. Sachsenfahnen ist Partner des weltumspannenden Netzwerkes der Flag Alliance. Damit stehen unseren Kunden mehr als 500 kompetente Mitarbeiter zur Verfügung. Wir haben die Lösungen rund um den Druck.